In Rumänien haben die Sozialdemokraten nach ihrem Wahlsieg überraschend eine Außenseiterin für das Amt des Ministerpräsidenten vorgeschlagen. Die Partei nominierte die 52-jährige Ex-Ministerin für Regionalentwicklung, Sevil Scheide. Ob der Staatschef diese Nominierung akzeptiert, ist noch offen. Der eigentliche Favorit für das Amt, Parteichef Dragnea, kann nicht Regierungschef werden, weil er wegen Wahlmanipulation vorbestraft ist.